Nummer 5 Diese Fitnessbank ist effektiv, vielseitig und platzsparend. Hervorragend für die Bauchmuskeln geeignet, trainiert sie vor allem die Bauchmuskeln und strafft den Körper effektiv. Mit dieser multifunktionalen Bank können Sie eine Vielzahl von Übungen durchführen. Rumpfstreckung, Langhantelstrecken, Crunches, Liegestütze und vieles mehr. Sie bietet ein verstellbares Gefälle mit 5 Höhenstufen. Die Bank eignet sich sowohl für Anfänger, die einfache Übungen durchführen, als auch für Profis mit komplexeren Trainingsroutinen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Auf 11 Positionen einstellbare Fitnessbank aus Stahllegierung. Geeignet für eine breite Palette von Übungen. Hervorragend für Bauchmuskeln. Stärkung der Arme und Schultern und Beine. Es bietet ein hervorragendes Training für den ganzen Körper. Es hat eine Belastbarkeit von 150 kg. Das Design des Hauptrahmens ermöglicht es, diese Multi-Workout-Bank bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenzulegen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nr. 3 Verstellbare Fitnessbank, ideal für Bizeps, Trizeps, Bauch- und Beintraining. Sie ist die beste Wahl für das Ganzkörpertraining. Die Rückenlehne ist in sieben Positionen verstellbar. Die rutschfesten Pedale sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, um die Sicherheit während des Trainings zu gewährleisten und ein Reiben oder Zerkratzen des Bodens zu verhindern. Faltbares, ergonomisches und komfortables Design. Das Polstermaterial verhindert, dass Wasser oder Schweiß in das Innere der Polsterung eindringt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nr. 2 Verstellbare Fitnessbank, ideal für Anfänger und Profis. Sie bietet 10 Rückenlehnenverstellungen, 3 Sitzverstellungen und 3 Beinverstellungen. Sie hat eine Belastbarkeit von 300 kg. Die Bank ist aus Stahl gefertigt, was für mehr Stabilität und Sicherheit sorgt. Dank eines praktischen Griffs lässt sie sich leicht zusammenklappen und transportieren. Sie hat rutschfeste, gummibeschichtete Füße, die auf allen Böden stabil und sicher stehen. Die Sitzfläche ist mit weichem Schaumstoff gepolstert und mit strapazierfähigem Kunstleder bezogen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nr. 1 Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für diese Multifunktionsbank. In verschiedenen Positionen verstellbar, um alle Trainingsanforderungen zu erfüllen. Mit einer Gewichtskapazität von 400 kg ist der Rahmen aus starkem und haltbarem Stahl gefertigt, um jede Übung sicher zu machen. Vollständig zusammenklappbar für minimalen Platzbedarf. Er hat integrierte Transportrollen. Die Rücken- und Sitzpolster sind mit dickem Schaumstoff-Hordichte für mehr Komfort während des Trainings gefüllt. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Und dann können Sie in der Beschreibung.